Wir werden uns heute mal wieder verstecken in StumbleGuys und zwar gegen Lukas. Moin. Moin, moin. Was geht, Freunde? 30 Sekunden dürfen wir uns verstecken und der andere darf insgesamt eine Minute suchen. Leute, knackt doch für weitere Hide & Seek Videos. 1000 Likes. Schreibt gerne Maps in die Kommentare, wo wir uns noch verstecken sollen und let's go. So, Lukas, dann würde ich sagen, die Zeit beginnt genau jetzt. Ich werde mich jetzt hier irgendwo versuchen zu verstecken. Im besten Fall so, dass du mich natürlich nicht finden kannst. Ich übertreibe nicht mit dem ersten Verstecken, Freunde. Soll ich übertreiben? Ich habe schon krasse Verstecker am Start hier, muss ich dazu sagen. Wobei, doch, ich übertreibe. Komm, ich übertreibe. Hier wird mich Lukas nicht finden. Weißt du was? Wenn du willst, du kannst sogar schon jetzt loslaufen. Passt. Ich bin so abgehoben. Ich sage, dass du mich nicht finden wirst. Okay, also ihr seht natürlich auch Lukas' Sicht, wo er so gerade schaut. Und wir messen natürlich die Zeit mit gerade. Ja. Ich kann dich sogar ein bisschen sehen. Oh, du kannst mich ein bisschen sehen. Ich gebe dir sogar ein paar Tipps. Ja, ich kann dich sogar ein bisschen sehen. Ja, ja, jetzt springst du da rüber, sehe ich gerade, ne? Okay, also ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wo man sich hier so gut verstecken könnte. Vielleicht hier so außen irgendwie. Mhm. 22 Sekunden sind schon abgelaufen, Lukas, ne? Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob du mich finden wirst. Ich weiß es nicht. Oh, da würde ich nicht drauf gehen. Das empfiehlt sich nicht so, Lukas. Weiß ich ja nicht. Digga, wo bist du denn? Ja, ist eine gute Frage, ne? Ich glaube, Kevin wird mich schon finden mittlerweile. Weil das war versteckt, dass wir schon das ein oder andere Mal benutzt haben. Ah, da bin ich auch nicht an der anderen Seite. Ne, ne. 15 Sekunden sind abgelaufen. Okay, also schon die andere Seite, oder was? Ne, also du bist eigentlich... Also jetzt ist die Zeit eh vorbei, aber ich gebe dir noch Zeit bis zum Ende der Runde. Bis das ganze Spiel Ende ist, weil nach 120 Sekunden ist das Spiel zu Ende. Ja. Aber du warst eigentlich schon nah dran. In der Nähe zumindest, warst du. Ich glaube nicht, dass du mich finden wirst. Ah, komm, weißt du was? Ich löse es auf, weil du es nicht weißt. Du wirst nicht finden, guck mal, ich bin eine Palme. Haha! Haha! Jo! Komm mal hier! Egal, da war ich noch nicht. Nee, nee. Genau. So. Genau. Es geht jetzt wieder weiter mit Lost Temple. Diesmal suche ich, du darfst dich verstecken. Und deine Zeit beginnt jetzt auch sofort. Ich muss dazu sagen, ich bin auf Lost Temple schon ein bisschen fit, weil Kevin sich halt hier auch schon an der einen oder anderen Stelle versteckt hat. Sogar an Orten, wo man gar nicht hin kann. Also, wo man wirklich einen auch nicht sehen kann. Ähm, naja, gut. Also, wie gesagt, du hast noch 10 Sekunden Zeit ungefähr. 10 Sekunden? Ja, 9, 8, 7. Sieht man denn die Namen durch die Wand durch? Nein, das habe ich deaktiviert. Stimmt, das musst du auch noch deaktivieren, falls du es nicht gemacht hast. Ah ja, okay. Genau. Gerne kann ich jetzt suchen, weil... Ja, 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 versuch mal, ja. Okay, dann bin ich gespannt. Also. Äh, stimmt, das habe ich voll vergessen zu sagen. Spielernamen musst du auf jeden Fall deaktivieren. Ja. Weil, sonst, äh, kannst du theoretisch einfach da durchgucken. Da bist du schon mal nicht drin. Hätte ja sein können, dass du dich jetzt hier auch in der Palme versteckst, ne? Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Ja, hier bist du auch nicht drin, der Palme. So. Das sind zwei Tabby ja noch, um hier zu suchen. Aber bist du auch... Ja, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wo du bist, ne? Du bist anscheinend auch nicht shit. Du hast dich auch nicht so schlecht versteckt, glaube ich. Zumindest so aus. Hier außen kann man auf jeden Fall auch nicht hin. Am Ende bist du einfach in der gleichen Palme drin. Siehst du mich denn gerade? Darüber kannst du keine Auskunft geben. Äh, das hast. Sehr, das hast auf jeden Fall, ne? Vielleicht... Du bist... Ah, ich hab ne Vermutung. Ich hab ne Vermutung. Das schaff ich jetzt noch. Das schaff ich noch. So. Und, und hier bist du bestimmt, ne? Nein, hier bist du nicht. Was? Leute, okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ja! Da bist du. Let's go! Nicht schlecht, aber... Okay, hab ich dich gefunden. Gut. Das heißt, da hab ich einen Punkt bekommen. 1 zu 0 aktuell. So, Leute. Die nächste Map ist Space Race. Ich weiß auch nicht, wo ich mich hier verstecken soll, ehrlich gesagt. Aber wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren. Die Zeit zum Suchen beginnt genau jetzt. Äh, ne. Verstecken. Äh, zum Verstecken, ja. Genau. Beginnt genau jetzt. Jo. Ich würde sagen, wir suchen uns mal hier ein hoffentlich gutes Verste... Nein, was hab ich gemacht? Ich bin... Oh, ich bin lost, Leute. Ich bin lost. Oh, bist du gestorben? Ich bin aus Versehen einmal runtergeflogen, ja. Oh, okay. Belastend. Kann man sich überhaupt irgendwo verstecken? Ich weiß es nicht. Wobei, hier hinter... Das fällt zu sehr auf, Leute. Das fällt zu sehr auf. So, kann es auch eigentlich gleich dann schon loslaufen. Ja, jetzt darfst du theoretisch schon loslaufen. Ich... Okay. ... habe jetzt versucht, hier irgendwo ein Versteck zu finden. Boah, ich muss sagen, bei Space Race... Mh... Gibt es da gute Verstecke überhaupt? Also... Ja... Wenn du gerade wüsstest, was ich hier mache, ne? Das ist schon ein bisschen... Wobei... Ja, das... Ein Versteck habe ich jetzt hier gefunden, was ganz gut ist. Ich war noch ein bisschen am rumlaufen, muss ich zugeben. Aber... Äh, ja. Äh, äh... Ja, ich kann mir vorstellen, wo du theoretisch bist. Sag ich jetzt mal. Ja, okay. Jetzt bleibe ich hier auch stehen. Also jetzt laufe ich nicht mehr weiter. Äh, mal gucken, ob du mich hier finden wirst. Also anders ging es halt echt nicht. Lol, bist du sogar auf den Planeten gesprungen, sehe ich gerade. Äh, okay, Pat. Also, ich kann mir vorstellen, wo du sein könntest. Ja? Kannst du mir vorstellen, ja? Ich habe es noch eine Vergutung. Ich bin gespannt. Äh, das Versteck ist nicht das Geilste. Es gibt aber bei Space Race echt nicht so viele Sachen. Was denkst du denn, wo ich bin? Also hier unten hätte ich mir vorstellen können. Mhm. Mh. Okay, also du hast noch, glaube ich, so 10 Sekunden Zeit, theoretisch. Ja, ich war hier. Ah, ja, let's go. Schade, ey, du hast genau, genau die Zeit ausgehend. Schade, schade. Da will er mich runterhauen. Ja, gut, dann hast du mich auf jeden Fall auch gefunden. Das heißt, theoretisch wäre es jetzt 1 zu 1 aktuell vom Punkten her. Ja, nice, Mann. Okay, Leute, die zweite Runde Space Race. Jetzt muss ich den Lukas suchen. Bin mal gespannt, ob ich ihn finden werde oder finden kann. Sondern würde ich sagen, die Zeit läuft jetzt. Und mal gucken, Lukas, wo du dich versteckst. Ja, bin mal gespannt, ob du mich gleich findest. Ja. Weil es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, ne? Also deswegen bin ich echt... Ja. Schauen wir mal. Also es gibt ein paar Möglichkeiten schon, aber eigentlich ist dein Versteck ja eh ganz gut schon gewesen. Das war schon nicht so schlecht, ne? Ja, ja, muss man schon sagen. Mhm. Okay, also wir haben jetzt knapp 22 Sekunden. Bist du schon in der Nähe vom Versteck, oder? Hm, Moment, ich brauche noch kurz. Okay, okay. Ja. So, ähm. Okay, also ich glaube, wenn du jetzt losläufst, wäre das okay, glaube ich. Ja, ich mache mich mal auf den Weg, weil sonst ist das Spiel gleich schon zu Ende. Genau, genau. So. Okay, Leute, jetzt muss ich natürlich an allen Ecken hinschauen, dass ich den Lukas jetzt hier auch nicht, äh, übersehe oder sowas. Aber, du wirst wahrscheinlich irgendwo relativ weit am Ende sein, weil ich glaube nicht, dass du am Anfang bist, sonst wärst du deutlich schneller gewesen. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber, das ist jetzt nur eine Vermutung, ne? Ja, vielleicht habe ich dich auch ein bisschen hops genommen, ne? Wie beim Kronenbattle. Das kann natürlich auch sein. Hier bist du auf jeden Fall nicht, ne? Hier bist du auch nicht. Okay, da unten bist du auch nicht. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen, weil sonst ist gleich das Spiel schon zu Ende. Oh, wie lange geht das denn noch? In zwei Minuten, also jetzt sind es noch, glaube ich, so 30 Sekunden ungefähr. Ah, ja, okay. Ich rushe dich einfach mal durch. Ich glaube nicht, dass du hier bist. Hab dich jetzt hier nicht gesehen. Du musst hier irgendwo hinter sein bestimmt, ne? Da hinter dem Berg, sag ich. Da hinter dem Berg bist du bestimmt. Ja, ja. Hundertprozentig. Das fühle ich, das fühle ich. Bist du nicht? Lol! Okay! So, dann bist du da. Dann bist du da unten. Dann bist du da unten. Da bin ich mir sicher. Du musst hier irgendwo sein. Es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Ja, auch nicht. Man weiß nicht, Pat. Man weiß nicht. Als ob, Junge. Was? Wo warst du? Warst du am Ende? Genau hinter dem Berg, wo du gerade stehst. Ah, ja, okay. Okay. Schade. Egal, ich hab dich nicht gefunden. Das heißt, es steht aktuell 2 zu 1 für dich, ne? Ja. Stimmt, ja. Doch, 2 zu 1 für dich. Okay. So, nächste Map wäre Pivot Pash. Mal schauen, ob ich mich hier gut verstecken kann oder halt nicht. Die Zeit beginnt genau zu verstecken. Jetzt. Und mal schauen, was das hier wird. Ich hab natürlich den Nachteil, dass ich erstmal hier diese ganzen Hindernisse zur Seite räumen muss. Aber, das ist jetzt halb so wild, würde ich behaupten. Ja, ich bin mal gespannt. Pat, wirklich. Ich glaube, ich hab eine gute Idee. Aber ob das klappt, ist natürlich eine andere Sache, ne? Hm, naja. 20 Sekunden. So, den Arm hat der Lukas jetzt übrigens deaktiviert. Nur kurz zur Info. Und, dass man das halt nicht irgendwie durchwendet. Oh nein, was hab ich jetzt gemacht? Das sollte nicht passieren. So, einen Moment brauch ich noch. Zack. Zack. Hä? Okay, sag Bescheid. Warte, ja, ja. Warte, ganz kurz. Okay, jetzt kannst du loslaufen. Ich geb dir jetzt auch natürlich keine Tipps mehr, ne? Das ist ja klar. Also, jetzt gibt's hier keine Tipps mehr. Das wäre sonst, äh, zu einfach auf der Map. Hier gibt's ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, um sich zu verstecken, muss man dazu sagen. Deswegen, das kann ich nicht machen, dass ich dir da irgendwelche Tipps gebe. Aber, mal schauen. Die Map ist ja auch gar nicht so groß, ne? Deswegen, das ist, äh, so eine Sache. Ja, klar. Deswegen, ich sag auch nicht, ob du jetzt in der Nähe bist oder nicht in der Nähe bist, ne? Das ist, äh, muss natürlich jetzt spannend bleiben hier, ne? Ja, klar. Ja, Digga, also, du müsstest ja ganz am Ende dann relativ sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, ne? Kann sein. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Okay, ich glaub, die Runde ist jetzt auch gleich vorbei. Also, du hast mich, glaub ich, eh nicht gefunden. Das Versteck war schon krass. Das war richtig krass. Also, wirklich. Das ist schon heftig. Also, ich geb dir noch bis zum Ende Zeit, bis eliminiert kommt. Dann hast du sogar mehr als eine Minute Zeit gehabt. Ja. Ich war einfach, alter Schwede. Das ist so krass, das Versteck. Was, du? Junge. Ich muss dir das eigentlich gleich mal zeigen. Das ist wirklich krass gewesen. So, Lukas, jetzt beginnt der Spaß für dich. Du darfst dich jetzt verstecken. Mal gucken, wo du dich versteckst. Weil ich find, hier gab's nicht so viele Verstecker. Aber dieses eine Tryhard-Versteck, das war echt nicht schlecht, wo ich drin war. Hier steht aktuell theoretisch 2-2, ne? Oh, lol. Das war jetzt, glaub ich, nicht so gut, Lukas. Das ist wirklich noch 8 Sekunden Zeit, dich zu verstecken. Was? 8 Sekunden? Ja, ja. Jetzt 6, 5, 4. Und wir verlängern einfach kurz ein bisschen. Ja. Boah, ich find's schwierig hier gerade. Ja, es ist auch schwierig. Ich hatte dieses eine Tryhard-Versteck. Ja, okay. Kannst schon mal ja suchen dann, ne? Okay, dann fang ich mal an, den Lukas zu suchen. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, wo du dich jetzt hier versteckt hast. Bist du schon in deinem Versteck drin? Äh, ja, bin ich. Okay, okay. So, ich habe nämlich eine kleine Vermutung, wo du sein könntest. Aber ist nur eine Vermutung, natürlich, ne? Ja, okay. So. Denn du bist hier höchstwahrscheinlich am Ende der Map, weil... Jetzt muss ich hier hoch. Weil... Durchs Ziel geh ich natürlich nicht. Ja, ich wusste es. Weißt du warum? Ich habe dich nämlich noch laufen sehen am Ende. Hast du gesagt, dass du kannst loslaufen. Nein. Oh, geil. Also wäre jetzt 2 zu 2. Also wir müssen jetzt noch eine finale Runde machen eigentlich. Und da entscheidet sich das, okay? Okay, Lukas. Der, der jetzt quasi gewinnt, der hat gewonnen. Oder wir müssen halt eine Revanche machen. Also, Cannon Climb ist die Map. 30 Sekunden darf ich mich jetzt hier verstecken. Und du suchst mich. Let's go, die Zeit beginnt jetzt. Ja, alles klar. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin soll, ne? Ehrlich. Gar keine Ahnung. Ist doch eine wirklich schwierige Map, ne? Ja, finde ich auch. Finde ich auch, ja. Also in die Kanone kann man nicht rein. Das habe ich schon mal ausprobiert, ob man da durch kann. Aber das geht leider nicht, Freunde. Wirst du auch eh dann rausgeschossen wahrscheinlich. Ja, das geht leider. Wobei, warte mal, wir können mal hier versuchen. Geht das hier? Okay, ja gut. Vielleicht hier rein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Du kannst schon mal loslaufen, würde ich sagen. Ja. Mal gucken, ob du mich hier finden kannst oder nicht. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, die Map ist nicht so klein, ne? Es gibt da schon die ein oder anderen Spots. Aber mal schauen, ob du mich hier finden kannst oder nicht, ne? Hm. Knapp 40 Sekunden darfst du jetzt noch suchen. Boah, okay. Ich werde dir jetzt aber auch keine Tipps mehr geben, ob ich dich sehe oder nicht sehe, weil das war zu einfach. Ja, ja, natürlich. Alles gut. Ich schwitze jetzt hier um den Punkt, weißt du? Das ist ganz wichtig, ne? Das ist ganz wichtig. Aha. Okay, 20 Sekunden hast du noch Zeit. Es geht in die heiße Phase, Lukas. Oh. Und ich kann dir so viel sagen. 9 Sekunden noch. 9 Sekunden noch um den Dreh. Du bist auf jeden Fall vorbeigelaufen. Also, das ist für mich aktuell der Win. Du kannst nochmal zurücklaufen, wenn du willst. Dann zeige ich dir ganz schnell, wo du warst. Guck mal hier. Du bist durch die Kanone gelaufen, aber hier nicht an diesen einen Punkt. Siehst du das? Ja, warte mal. Guck mal hier. Siehst du? Ich war da drin. Noll. Und du bist einfach nur vorbeigeschaut. Ah, du warst in der Kanone drin. Ja, 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 ja. Nein. Oh mein Gott. Da kannst du dich jetzt schon mal nicht verstecken. Und in den anderen Kanonen kannst du dich machen, weil der Boden fake ist. Ja. Okay, aber gut. Das heißt, jetzt mal gucken, warum du dich verstecken wirst, ne? Okay, Lukas. Die Zeit beginnt genau jetzt. Du darfst dich verstecken. 30 Sekunden kannst du dich verstecken und ich suche dich dann gleich. Keine einfache Map, Leute. Wirklich. Keine einfache Map, aber definitiv machbar, ne? Definitiv machbar, sich hier irgendwo zu verstecken. Ich frage es nur, wie gut. Das stimmt, ja. Sag schon mal GG hier, Leute. Also aktuell führe ich mit einem Punkt. Das ist jetzt wirklich entscheidend, ob ich dich finde oder nicht. Die Zeit wäre jetzt auch theoretisch vorbei. Hast du dich irgendwo versteckt? Ja. Okay, dann laufe ich mal los, würde ich sagen. Hier rechts sehe ich jetzt schon mal nichts. Würdest du sagen, dein versteckt ist gut, oder? Ja, das ist geisteskrank. Ich habe noch einen so nice Spot gefunden, ja. Du blufst bestimmt nur. Du blufst bestimmt nur. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Du blufst nur, Leute. Also mal schauen, ob der Spot wirklich so gut ist oder ob der Lukas mich hier nur pranken will wieder, ne? Kann natürlich auch möglich sein. Ich hatte die eine oder andere Kanone doch keinen Fake-Boden, ne? Ja, ich weiß. Und ich weiß auch schon, welche du meinst, tatsächlich. Ja. Junge, was ist das denn, Mann? Okay, dann kann ich aber nochmal hoch. Sehr schön. Zack. Da hoch. Da hin. Ja, wobei. Ah, doch, die Kanonen haben echt alle einen Fake-Boden. Was? Okay, dann hat sich Lukas echt gut versteckt. Ich merke es gerade schon. Aber hier ist er auch nicht, ne? Du bist bestimmt einfach hinter der Bühne. Ja, ja. Hinter der Bühne bist du. Ich sag's doch. Nein? Da! Ja, ja, okay. GG an dieser Stelle, würde ich sagen, Leute. Das war das 3-2-2 für mich. Ganz knappes Spiel gewesen. Trotzdem hat er sehr viel Bock gemacht. Lasst uns gerne dafür einen fetten Like da, Leute. Abonnieren auch nicht vergessen. Schaut bei Lukas vorbei. Bis dann und ciao. Bis dann.